Soll ich dabei lächeln? Kannst du machen. 55, 18, 100. Perfekt, lass es mir so. Okay Kinder, heute zeige ich euch mal was, was ich euch noch nicht so oft gezeigt habe. Das ist was aus dem... Genau, meine süße kleine Schwester, wo ich ewig gewartet habe, die vor die Kamera zu kriegen, weil sie so schrecklich beschäftigt ist. Das machen wir ab jetzt öfter. Ja, das machen wir öfters. Genau, heute mit Untertiteln, das ist das Transitioner Stays, das Schnürmieder aus der Übergangszeit aus dem Buch von Cassidy Percoco, Reaching Sea Women's Dress. Das habe ich vor Ewigkeiten gemacht und nicht gefilmt, also zeige ich es jetzt, aber es ist alles weiß auf weiß. So, Hallöchen. So, einmal rumdrehen bitte. Da hatte ich auch auf Twitter drüber geredet, das hat mich diesen süßen kleinen Hungerschwanz hier, das fand ich irgendwie niedlich. So, das Kleid, was wir jetzt da draufpacken, das passt überhaupt nicht von der Zeit her, aber dieses Ding hier hat am besten gepasst. Meine Schwester ist ein gutes Stück kleiner als ich und das Ding ist zu eng geworden, also klappt am Ende doch alles. Und einmal rumdrehen bitte. Okay. 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 Ist das richtig rum? Ja. Na, du hattest es genägt, du wirst es so wissen. Ich werde es wohl wissen, ja. So. 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 Ich dachte, ich ziehe das an. Ja, das ist doch, das kommt dann gleich. Ach so. Und was ziehst du? Was anderes. Ich ziehe meinen Jeckschen an, Mann. Ach so. Was ich noch fertig genäht habe. Ich finde das Kleid hier auch schon sehr schön. Ja, aber das ist nur das Unterkleid. Das ist ein bisschen, als würde es in deiner... Das ist wie bei Stolz und Vorteil mit Keira Knightley. Mhm. Da hat die Caroline Bingley doch dieses Kleid mit den kleinen Trägerchen an. Also eigentlich so ein modernes Partykleid. Mhm. Das ist nach einem Regency-Verständnis, als wäre sie in ihrem Unterhemd auf eine Party gegangen. Mhm. Strap so ein BH oder so. Es gibt Partys, da wird das gemacht. So. Okay, das muss ein bisschen weg. So. Hopsi schon. Ui. Tja tja. Haha. Das ist jetzt mal das Einfachste. Wir gucken jetzt mal, ob dir das hier richtig passt. Müsste aber, wenn dir das Unterkleid passt. Toll, toll. Mir ist das mittlerweile zu eng. Und da darfst du dich nicht aufs Gras setzen. So. Oh. Deswegen ist der Grund, da hab ich jetzt nicht so einen Tisch hochreben gekommen. Wer hat das Gras weggebracht? Ich weiß nicht, wer dann. So, Moment. Ich guck mal, ob die Kamera einsteigen noch geht. Ja. Das läuft. Ja, wie süß. Ah, weißt du was? Da brauchst du, ähm... Ah ne, das ist zu warm draußen dafür. Sonst hätte ich dir noch so einen Schal in Braun zum drüber... Hm. Über die Schultern. Jetzt willst du dich toben. Ja, ich glaub gar nicht, dass es noch so warm draußen ist. Ähm, Temperaturenzeige sagt 27 Grad Celsius. Schwimmbadwetter. Mhm. Ich müsste es dieses Jahr eigentlich auch mal wieder in Schwimmbad schaffen. Letztes Jahr war ich kein einziges Mal, ne? Lass mal. Lass mal. Lass mal Schwimmbad. Lass mal Schwimmbad. Lass mal Schwimmbad. So, boah ey, vor einem Jahr hab ich da perfekt reingepassten. Jetzt ist es mir einfach zu eng los. Hab ich gegessen. Sehr viel. Ein ganzes Schwein. Ein bisschen schaut die Unterwäsche raus. Das hab ich nicht so schnell. Du hast wundere Schulter. Bei mir ruckt das alles so nach innen, weil ich so krasse Schulter hab. Und bei dir rutscht das alles nach außen, weil du nicht so krasse Schultern hast. Läuft ja. Okay. Ja, das geht. Gut genug. Ja. Gut genug. Ich könnte noch irgendwo so ein bisschen... Mag, du hast ne Schleppe in dem Ding, ja? Da musst du ein bisschen auf Wassenband laufen, ja? Sonst, ähm, der Dreck bei uns im Ort. Ja, der Dreck bei uns raus. Dann bin ich wieder. So, einfach rein drehen. Tja, tja. Willst du doch noch vielleicht irgendwie eine Kette? Nee. Ist zu viel, oder? Hm. So, dann fielen auch die Handschuhe. Kommt da nicht noch was drüber? Nee. Achso. Perfekt, ich hab noch keinen Spencer genäht. Kein was? Das sind diese Kurzjäckchen. Wollte ich auch noch eine machen, aber ich mache ja schon alles andere. Okay. Super. Oh, voll süß. Das machen wir. Look. Soll ich mir halt schon mal so ganz elegant klatschen? Okay, da bin ich jetzt dran. Kannst mir gerne irgendwie behüftet sein. Na klar. Okay. Genau. So. Also meine Schwester macht heute Regency, ich mache heute Barock. Oder du stehst einfach dekorativ neben mir, während ich das mache. So. Weil ich wechse einfach mal die Ansicht zum Zuschauer. Genau, du wirst jetzt, das ist voll Meter, Mann. Okay. Sieht man mich? Ja, man sieht dich. Gib mir Anweisungen. Ähm, man sieht dich immer noch. Hier soll ich irgendwas halten? Nee, nee. Nee, nee. Geht, geht. Der kommt schon. Nicht so sinnlos hier. Einfach nur vor der Kamera umlaufen. Kannst du auch machen. So, meine Taschen. Da kommt dann später auch die Kamera und mein Schlüssel und so'n Scheiß. So, das ist am wichtigsten. Du kannst mir mal ein Pokissen geben. Mhm. Pokissen. Danke, Schwester. Schwester. So. Mal sehen, ob das klappt. Ich hab das noch nie anprobiert. Deshalb hab ich gerade wirklich vor einer Stunde erst fertig gemacht. Zum Glück kam ich zu spät. So, als nächstes mein Unterrock, der liegt da. Was kommt mit Unterrocker im Korsett? Soll ich irgendwie da reinhalten? Ja. Hopp. 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 Okay. Hopp. 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 Schmeifen. Okay, dann hoffen wir mal, dass das klappt. Ja. Ach nee, die Nadeln hätte ich auch ohne drüber gefunden. Viel zu dunkel. Moment, ich muss grad mal schauen, welche sind denn am besten? Die sind alle nicht gut, verdammt. Okay. Okay. Oh, fix die nicht. Ja, ich hab los. Du kennst mich doch, ich bin so Hardcore. Ich bin Metal. Du kennst mich doch. Oh ja, das ist besser. Das sind die besseren. Da ist noch einer. Sind das die? Nee, das sind die mit dem silbernen Köpfchen. Ich hab's gefunden, das steht so komisch ab hier, ne? Okay. Na gut. Mach ich auch. Mach ich auch. Okay. Nein. Nein? Ich hab's geprüft. Ja, weiß ich nicht. Wann dann jetzt überhaupt das Muster unten drunter? Nee, vom Korsett nicht. Das ist keine Unterwäsche. Aber sie sieht so schön aus. Ja, das ist für meine Fans auf YouTube. Ich bin meine Fans. So ein kleines Hinguckerli. Genau. So, irgendwie hab ich das Gefühl, ich hab was falsch gemacht, aber da ist bestimmt irgendjemand in den Kommentaren, der mich dann korrigiert. Dafür sind die da. Ihr dürft nur so. Deswegen kannst du wieder weg tun, dann brauch ich jetzt mal ein Jäckchen. Jäckchen. Oh. Warum hab ich das Gefühl, der Stecker sitzt nicht wichtig? Verdammt. Mein Unterhemd schaut raus. Okay. Und jetzt bräuchte ich das grüne Band da. Okay, so. Das ist jetzt nicht so leicht hier durchzukriegen, wie ich gehofft habe. Mal gucken, ob es überhaupt was aussieht hinterher. Oh, shit. Ja, Mann, scheiße. Kacki. Ich dachte, es müsste reichen, aber nö. Können wir euch noch ein bisschen enger machen. So war es nicht geplant, aber so ist das jetzt, ne? Scheat happens. Ja. Bräune. Wie sieht man es auch. Das Unterkleid, ja. Es rutscht hier voll rum alles. Oh, warte, 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 warte. Ja. Wie eine Alt zur Rettung. Okay. Ja, ne, ich brauche ein längeres Band, ne? Die letzten Löcher gehen jetzt einfach nicht mehr. Nö? Ja, nee hjälp mal nochね? Noch ein bisschen tief. Nö?! Hey Mann, das reißt doch! Nein! So viel Zug halten die Dinger nicht aus。 Okay, ich lasse einfach ihr so. Das geht. Ja, das passt. Super. Läuft! Ja. Ihre Schiette, das sieht jetzt blöd aus. Da ist so ein kleines Schlupsch. So ein neckisches Schlupsch. Ja scheiße! Du steckst einfach. Du steckst einfach. Lieber nach oben hin. Lieber nach oben schieben. Jetzt sieht keiner aus. Okay. Ja, Fakten, dann muss ich noch mal dran arbeiten, bevor ich meine Kostützerung hab. So, ich mach jetzt mal die Nadel wieder raus. Das wird irgendwie nix gehen. Ja, jetzt, ja. Very professional. So. So, können wir mal eine Dose. Okay, verdammt. Brauch ich nicht mal. Hier. Soll ich nicht, dass du sie vielleicht losst. Okay, gut. Aber geht es sonst? Guck dir mal den Po an. Danke. Wunderbar. Aha, so. Hat nicht gut geklappt, aber so ein bisschen. Und so gehen wir jetzt auf die Walz. Hast du die Leier? Äh, ne, noch nicht. Das müssen wir erst machen. So, erstmal muss ich mal kurz. Okay, es nimmt auf. Walking while fancy. Darfst du sowas auf YouTube stellen? Solange keine Leute drauf sind außer dir. Mit Zigarette? Aber dein Bildungsauftrag. Was ist so schlimm an Zigaretten? Hat auch noch heute auch geraucht, glaube ich. Wer? Noch mal. Ich fang nochmal ganz von vorne an. Ich fang gerade ein bisschen durcheinander. Hä? Soll ich aufhören? Was ist das für ein Stück? Das ist eine Novelle Bianche. Was für ein Ding? Novelle Bianche. Von wem? Äh, von der Vico Ainau, die in einer... Keine Ahnung, wie er da ist. Was ist das für ein Ding? Tadaa! Wuhu! Sag mal was Jane Austeniges. Äh, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, mach Merkungen über das Wetter. Es ist nah genug, dass es immer Thompson, die ist fast genauso gut. Naja, aber kam das nicht aus Sinn und Sinnlichkeit? Ja, ich bin aber nicht sicher, ob es überhaupt im Buch ist. So. Ich hab das Buch nicht gelesen. Das Einzige, was ich gelesen hab, ist Emma und das auch nie ganz. Immer so lange noch nicht. Und stolzen Vorurteil und Northanger Envy. Tja. Mach mal ein Video von mir. Okay. So, bitte einmal den ganz. So, Moment, ich kann überhaupt nicht knicksen. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Na, na. Ich sehe immer aus wie jemand, der... Ist das blöd, wenn ich das so schief halte? Ja, dann kann ich das nicht länger. Mach mal einmal von oben nach unten, dass man meine Schuhe sieht. Tadaa! Die sind wichtig. Ja, weißt du, ohne Scheiß. Ich hab mal versucht zu knicksen, richtig? Ich sehe, dass ich gestern die Treppe hochgefallen bin. Oh. Das ist aber kacke. Nee, also ich versuche immer zu knicksen und ich sehe dabei immer komisch aus. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, so eine Verbeugung zu machen. Wie so ein Dienstbote. Das sieht irgendwie bei mir... Das sieht logischer aus, wenn ich den hier mache. Ja. Aber das geht nicht mit dem Kleid. Kacke. Ich fühle, du hast wieder dein... Oh, die Sonne scheint Gesicht. Wo ist denn deine Brille? Häufig, aber ich glaube, ich hab das auch. Wie ist denn die Brille? Welche sind die Kacke? Ich glaube, ich bin nicht sicher 4 und ich bin hier drin. Ich bin nicht glücklich, aber ich bin glücklich. Ich denke, ich soll dich fotografieren. Am besten so mit der Hand. Nein. Nein. So. Ja, genau. Das wird schön kitschig. Na toll. Super. Gleich so ein Schick. Oh je, voll romantisch, Mann. Zum Glück war da jetzt kein Tier drin. Genau. Schenke ist dir. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020